Notebook. Guten Morgen, willkommen beim Online-Unterricht. Seid ihr alle da? Nicht alle Kinder können am Homeschooling-Unterricht teilnehmen. Es fehlt in erster Linie an Laptops, PCs oder einem funktionierenden WLAN. Ich brauch den Laptop. Ich auch. Leider, wir können uns keinen Laptop leisten. Ich würde so gern meine Klassenfreundinnen wiedersehen. Wir wollen helfen. Deshalb haben wir ein Netzwerk von Unterstützerinnen und Unterstützern aufgebaut. Nicht mehr genützte Laptops können an die Vermittlerei gespendet werden und finanzielle Hilfe kommt jenen Kindern zugute, die zu Hause nicht ausreichend mit WLAN ausgestattet sind. Wir suchen Firmen, Vereine und Privatpersonen, die mit ihrer Unterstützung das Homeschooling für Kinder ermöglichen. Mit ihrer Hilfe wird digitale Bildung für Kinder nachhaltig ermöglicht. Juhu, wir haben WLAN und ich kann endlich meine Klassenfreundinnen sehen. Ihr habt Laptops, die ihr spenden möchtet? Dann schreibt an die Vermittlerei. Ihr wollt das Projekt finanziell unterstützen? Dann spendet mit dem Verwendungszweck Notebook Bradl an das Konto der Caritas. Unterstützen auch Sie die Zukunft der Kinder. Notebook Ein Nachhaltigkeitsprojekt für digitale Bildung im Innsbrucker Stadtteil Bradl.